Hallo liebe Fische, willkommen bei Schamach Tarot. Ich möchte heute Tarot-Karten für euch legen. Es geht um den November 2024. Das schauen wir uns gerne gemeinsam an. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgelegt. Es folgen natürlich noch weitere Karten mit anderen Decks. Das ist hier nur für den schnelleren Einstieg. Links sind Karten für dich, liebe Fische. Und hier sind Karten für das Gegenüber. Das sind die Energien, die von außen auf dich zukommen möchten, in Form von einem oder mehrerer Menschen, in Form von einem oder mehrerer Themen. Auch die Rollen können vertauscht sein. Bitte darauf achten. So, ich beginne hier sehr gerne mit Orakel-Karten. Was haben wir hier? Die taucht hier öfters auf, seit Oktober. Mond-Saturn. Wer hatte das gerade? Die Schützen, oder? Ne, die Schützen nicht. Sorry, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Mond-Saturn, das ist so wie Mond im Steinbaug. Es geht um Gefühle beim Mond, die natürlich nach außen dringen möchten. Es geht um Gefühle, die kommuniziert werden möchten, gelebt werden möchten. Mit dem Saturn ist da sowas wie ein Deckel drauf. Gefühle erkalten, kalte Gefühle, zu wenig Austausch, zu viel Ernsthaftigkeit möglicherweise innerhalb einer Verbindung. Ja, da fehlt der Spaß, da fehlt das Flirten, da fehlt die Herzlichkeit. Warum auch immer. Deswegen die Aufforderung. Zeige dich flexibel. Ich sehe hier sehr viel Starrheit bei dir, lieber Fisch. Oder es ist dein Gegenüber, wenn es vertauscht ist. Aber hier fehlt die Flexibilität, sich auf etwas einzulassen, aus einem alten Modus auszubrechen. Wir haben die 19, Quersumme ist dann die 10. Abschluss, aufhören mit dieser Starre. Es geht hier auch darum, in die Kreativität reinzukommen. Der schöpferische Funke. Wir sehen die schönen Farben, diese Frühlingsfarben. Ja, wir sehen hier die schöne Muse, die geil gespielt. Ja, das möchte hier reinkommen. Aber dafür braucht es Flexibilität. Ganz, ganz wichtig. So, kommen wir hier zu den Tarotkarten. Ganz viel Münzenergie bei dir, liebe Fische. Das zeigt mir diese fehlende Flexibilität auf. Sieben der Münzen. Ich warte. Ich bemühe mich. Ich mache hier etwas. Ich will hier etwas etablieren. Wann kommen die Früchte? Ja, wann? Im Frühling kommen die Früchte. Jetzt ist gerade Winterzeit. Da muss man sich um andere Sachen kümmern. Es macht keinen Sinn, jetzt zum Winter hin Pflanzen im Garten anzulegen. Ja, vielleicht so Tulpen. Ja, kann man jetzt schon reinstecken. Die kommen dann im Frühling oder Narzissen. Aber grundsätzlich ist jetzt nicht die Zeit, um im Garten rumzuwühlen, weil da kommen sowieso keine Früchte. Du wartest hier seit Ewigkeiten. Was willst du haben? Zehende Münzen. Du willst hier Sicherheit. Auch die Königin der Münzen, die möchte Sicherheit. Die will auf Nummer sicher gehen, dass sie auch in die richtigen Sachen investiert. Dass sie da ihre Zeit nicht verplempert, dass sie ihre Finanzen nicht für Sachen ausgibt, die es gar nicht wert sind. Zehende Münzen ist umgekehrt gekommen. Das ist ja die traditionelle Familienkarte. Wir sind eine Familie. Wir sind ein Team. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir unterstützen uns gegenseitig. Hier ist Vertrauen. Hier ist Schutz. Darauf arbeitest du hin. Aber es klappt nicht so richtig. Es kommt hier nicht zu dieser Stabilität. Hier auf acht der Stäbe umgekehrt. Es geht nicht vorwärts. Hier ist eine Blockade drin. Und hier mit der Königin der Münzen hältst du dich an deiner Münze fest. Du hältst dich an dem fest, was dir bekannt ist, was du schon kennst, was dir so Sicherheit vermittelt, weil du sonst Gefahr läufst, dass du hier etwas tust, was dir nicht gut tut, was dich hier aus deinem Thron raus katapultieren könnte. Ich habe den Eindruck, auch wenn hier so viele Münzen da sind, ja, es könnte um finanzielle, berufliche Aspekte gehen. Ich habe hier aber das Gefühl, es geht hier eher um Gefühle, um Emotionen, die aber nicht gesehen werden, wo man nicht hinschauen möchte, weil das Sicherheitsbedürfnis ist viel zu stark. Was haben wir hier beim Gegenüber? Todeskarte. Vielleicht hast du es mit Skorpion zu tun. Transformation. Jemand hat hier vor kurzem eine holprige Phase gehabt, hat über vieles nachgedacht, ist zum Entschluss gekommen, hat hier eine für sich alte Welt verlassen. Oder ist gerade dabei, ein gewisses Konzept zu verlassen. Möchte hier was Neues haben? Möchte hier neu wieder auferstehen? Das ist ja Tod und Auferstehung, hängt ja zusammen. Schau mal, hier der Ritter der Münzen. Das geht hier nicht vorwärts, weil dieser Mensch hier auch stehen bleibt. Das ist der langsamste Ritter überhaupt, ja. Ich weiß nicht, was passieren wird, deswegen am besten ich bleibe stehen, dann passiert mir nichts. Hier ist auch noch die Ritterrüstung. Am besten das Visier noch runterklappen, damit man nichts sieht. Fünfte Münzen umgekehrt. Hier ist ein Mangel. Oder vielleicht ist der Mangel gar nicht da, weil die Karte ist umgekehrt gekommen. Man redet sich das ein. Man redet sich ein, ich bin das nicht wert, ich habe zu wenig oder es wird sowieso nicht funktionieren. Ja, man redet sich das hier ein. Also man geht hier konsequent in den Mangelgedanken und dadurch bewegt sich hier gar nichts. So, ich will zwar in eine neue Welt schlüpfen, ja. Ich will, dass die Sonne aufgeht für mich, aber ich gehe da keinen Schritt weiter, weil wer weiß, was passiert. Zweite Stäbe. Unentschlossenheit, ja. Dein Gegenüber braucht Zeit. Zweite Stäbe kann auch langsame Energie anzeigen, obwohl es die Stäbe sind, ja. Dieser Mensch hat einen gewissen Funken empfangen, ja. Da ist irgendwas bei diesen Menschen aufgelodert, aber es ist irgendwie zu wenig, um hier eine klare Entscheidung zu treffen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Mensch auch sehr stark im Kopf ist, sehr verstandesorientiert und dieser Verstand blockiert auch und sagt, nein, bleib hier stehen, warte, warte, warte ab. Ja, hier wird gewartet, hier wird gewartet. Und diese Transformation dauert auch irgendwie lange. Das ist halt eine Geburt, die hier ansteht. Wir sehen hier das Kind. Etwas Neues möchte geboren werden und eine Geburt ist halt auch ein langwieriger, schwieriger, schmerzhafter Prozess. So, dann werde ich jetzt mal hier ein weiteres Tarot-Deck nehmen und das mal klären, was hier noch für Infos kommen. Siebende Münze, sechste Münze. Dazwischen ist eine Münze. Das ist eine Chance, ja, die du hier siehst. Du wartest und du sagst, okay, wo ist denn hier der Ausgleich? Wo ist die Fairness? Wo ist dieses gerechte Geben und Nehmen? Also, du erwartest hier schon, dass mehr kommt, ja, dass mehr Initiative kommt, dass man hier gleichwertig daran arbeitet. Also, ganz viele Münzkarten. Vielleicht geht es hier doch um den Beruf, ja. Du hast hier eine gewisse Erwartungshaltung. Du wartest hier auf eine gewisse Gerechtigkeit, auf einen Ausgleich, ja. Du siehst hier Potenzial und du möchtest es auf jeden Fall haben. Zehende Münzen ist möglich, sagst du. Zehende Münzen ist das komplette Paket, ist die Sicherheit, ist, ja, etwas, was sehr lange anhalten darf, ja. Wo sehr viel Potenzial ist, ja. Das ist so die Familienkarte. Wir gründen eine Familie oder auch im Job. Das ist hier so ein Job, wo du dann die nächsten 10, 20 Jahre bleiben kannst, wo du dich entfalten kannst, wo sehr viel Geld auch kommen kann. So, und hier der König, der, ist das der König? Ich muss mal hier prüfen bei diesen Karten. Ja, es ist der König der Münzen. Ja, wir haben die Königin der Münzen. Ja, das ist schon so was ganz Stabiles, was du hier anbietest oder was du haben möchtest, ja. Das ist so das komplette Paket. Also im Privaten wäre das so kennenlernen, zusammenziehen, heiraten Kinder. Du siehst hier ein Potenzial, definitiv. Und du willst es auch haben. Nur ist hier irgendwas nicht im Ausgleich. Deswegen bist du hier in der Warteposition. Es ist auch möglich, dass du hier noch aktuell in einer Verbindung drinsteckst, ja. König der Münzen, Zehn der Münzen, Königin der Münzen. Dass du hier in einer Verbindung drinsteckst. Aber irgendwas geht hier nicht vorwärts. Achte der Stäbe umgekehrt. Hier fehlt die Transparenz, hier fehlt die Klarheit, ja. Das sehen wir hier auch bei zwei der Schwerter. Ich weiß nicht, was los ist. Zwei der Schwerter. Was ist hier los? Soll ich was entscheiden? Was soll ich entscheiden? Heiß und kalt. Das Rote steht für die Liebe. Eine Entscheidung aus der Emotion heraus. Das blaue kalte Schwert steht für die Vernunft. Und hier ist ganz viel Wasser, ja. Es ist schwierig hier eine vernünftige Entscheidung zu treffen, weil die Gefühle hochschwappen. Das sind sehr viele Münzkarten. Könnte hier natürlich für eine berufliche Situation stehen. Aber ich sehe das weiterhin irgendwo auf einer privaten Ebene, was hier los ist. Es geht hier um die Familie. Es geht um Strukturen innerhalb der Familie. Ja. Schau mal, du wartest hier so lange und es kommt hier kein Ausgleich. Warum? Weil dein Gegenüber immer noch mit dieser Transformation beschäftigt ist, ja. Hier zehn der Schwerter. Liegt schon am Boden, zerstochen, ja. Ja, die sind hier sogar durch, äh, durch diesen Anzug, ja. Also durch den Ritter, wie nennt sich das? Durch die Ritterrüstung sind die ja sogar durchgestochen, ja. Soweit musste es hier kommen beim Gegenüber. Also hier hat jemand schon verstanden, dass es so nicht läuft. Dass es so nicht weitergehen kann, ja. Dieser Mensch hat jetzt hier die Message bekommen, okay, ich muss mich hier verändern. Ich muss mich hier für etwas öffnen. Das alte muss ich loslassen, das alte Modell, damit hier überhaupt etwas losgeht, ja. Aber es ist ein langsamer, schwieriger Geburtsprozess. Deswegen steckt hier alles fest. Ja, neun der Stäbe. Der verwundete Krieger ist so ein bisschen schräg gekommen. Dieser Mensch ist drauf und dran dabei aufzugeben. Ist sehr passiv. Hat hier nur negative Gedanken, dass es eh nicht funktionieren wird. Ich kriege hier schon wieder eins auf den Deckel, wenn ich das mache. Ist hier relativ resigniert, habe ich den Eindruck, ja. Wer zeigt sich denn hier? Der König der Schwerter. Kopfenergie, habe ich ja vorhin gesagt. Es sind identische Farben, ja. Wir haben hier auch sowas wie ein Eiskönigreich. Ja, diese Kälte, diese Klarheit. Ich muss einen coolen Kopf bewahren. Ich muss mich abkühlen, ja. Damit ich hier die Kontrolle behalte. Das ist ein Stratege, dieser Mensch. Ist unglaublich stark im Kopf. Also wenn es hier um die Gefühle geht, lässt dieser Mensch sich absolut nicht von Gefühlen leiten. Also nicht im Moment. Ja, das bringt natürlich auch Gefühle zum Erkalten. Schau mal, wir haben hier den Mond. Und ich sage ja, immer wieder sehe ich hier den Gefühlsbereich durchblicken. Mond, Saturn. Du siehst nicht die Gefühle, weil der Saturn, diese Ernsthaftigkeit, diese Kälte, wie ein Schleier, wie ein Teppich drüber liegt. Fünfte Münze umgekehrt, fünfte Schwerter. Ich habe den Eindruck, dieser Mensch hat hier schon ziemlich starke Verluste erlitten in der Vergangenheit. Entweder mit dir oder mit einem anderen Menschen. Und dieser Verlust hier war unglaublich kompliziert. Fünfte Schwerter. Da gab es Kämpfe, Streitigkeiten, schwere Auseinandersetzungen. Ja, da sind wirklich die Fetzen geflogen. Ich glaube, das hat diese Menschen sehr stark geprägt. Und sowas will man natürlich nicht wiederholt erleben. Das kostet unglaublich viel Transformationskraft, um sich aus sowas zu lösen. Gedanklich. Dieser Mensch ist hier nur im Kopf. Und mit Fünfter Schwerter und König der Schwerter auch, Ego ist relativ sensibel. Da braucht es nur ein falsches Wort, einen falschen Blick. Und dann ist dieser Mensch sofort im Kampfmodus. Es ist im Kampfmodus. Dieser Mensch kann dann auch kommunikativ sehr stark ausschlagen. Wir haben hier sieben der Schwerter. Dieser Mensch flüchtet. Flüchtet vor dieser Entscheidung in deine Richtung. Deswegen baumelt hier alles. Alles ist hier in der Luft. Will sich verdrücken. Will sich verdrücken, dieser Mensch. Guck mal, hier sind diese zwei Schwerter, die hier im Boden feststecken. Das ist diese Entscheidung. Also da flieht dieser Mensch davor. Da ist Ego, Kränkung, Angst vor Verlust, Angst verlassen zu werden, Angst im Stich gelassen zu werden, Angst, dass es hier wieder Konflikte, Streitigkeiten gibt. Und weil dieser Mensch hier diese zwei Schwerter der Entscheidung hier stehen lässt und mit den fünf Schwertern abhaut, sitzt du nun da und hältst diese zwei Schwerter in der Hand. Und weißt nicht weiter. Du bist im Dunkeln. Mit Flexibilität ist hier unglaublich viel möglich. Und schau mal, was hier unterm Deck gekommen ist. Die Königin der Schwerter, Stern und zwei der Kelche. Königin der Schwerter, König der Schwerter. Wunscherfüllung, zwei der Kelche. Also ich sehe da schon Potenzial, aber man kommt da nicht durch. Es ist, als müsste man sich hier mit so einer Machete durch den Dschungel durchschneiden. Eiei. Na, was haben wir hier unterm Deck? Zehn der Kelche, dunkle Seite, schon wieder Gefühle, Kelche. Ganz viel Potenzial auf Glück, auf die Wunscherfüllung, auf eine schöne familiäre Situation, Liebe. Aber Dunkelheit, ich sehe es nicht, ja. Ja, vier der Münzen, ich ziehe mich zurück, ich mache zu. Und sieben der Stäbe, wenn du mir zu nahe kommst, kämpfe ich gegen dich. Ich wehre das alles ab. Ja, wie geht es jetzt hier weiter in dieser Geschichte? Ja. Ja, wahnsinnig spannend hier, eure Legung. Also ist hier keine einzige Kelchkarte. Obwohl, ihr seid ja die Kelchkönige, Kelchköniginnen. Also alles, was die Fische machen, muss hier auch vom Gefühl unterschrieben werden, ja. Also da ist so ein Vertrag und drunter muss das Gefühl sagen, ich bin damit einverstanden, Häkchen. So, ist hier gar nicht der Fall. Ganz viele Münzen, ja. Münzen kann auch bedeuten, ich fahre hier meinen Modus, ich fahre hier so meinen Weg lang. Ich nehme jeden Tag den gleichen Weg. Ich sehe das gar nicht ein, dass ich hier eine Umleitung fahren soll. Ich fahre auch keinen Umweg. Ich will immer den gleichen Trampelpfad gehen, ja. Ja. Und ich glaube, hier dein Gegenüber ist mit diesem Trampelpfad nicht einverstanden. Ich habe ja gesagt, zwei der Schwerter, du stehst hier vor einer Entscheidung, du kannst nichts sehen. Ich glaube, hier mit drei der Schwerter wirst du eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich lasse es sein. Ich möchte es nicht, ja. Wir haben hier die Todeskarte auch bei dir. Hier der Tod schneidet hier mit dem Schwert diese Schnur durch, diese Verbindung. Der Teufel umgekehrt. Du sagst, ich will hier nicht nochmal in die Hexenküche. Es fühlt sich toxisch an für mich, da will ich nicht hin. Der Teufel ist umgekehrt gekommen. Ja, du ziehst hier die Reißleine und schon wieder die Königin der Münzen. Kann auch bedeuten, zum Beispiel, Du bist gebunden und du hast hier jemanden kennengelernt, ja. Jemand, der dich sehr stark interessiert und du überlegst, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Du wirst dann am Ende doch da bleiben, wo du bist. Du wirst hier an deinem alten Partner festhalten. Du wirst dich nicht auf das Neue einlassen. Du bleibst hier in deinen sicheren Strukturen drin. Du lässt dich davon jetzt nicht rausbringen. Hier sehe ich auch, also hier sehr viel Münzenergie, diese Stabilität, diese Kontinuität. Ja, immer wieder das gleiche tun. Die fehlende Flexibilität, Offenheit auch. Und hier sehe ich einen König der Schwerter und eine Königin der Schwerter. Luftenergie, sehr stark kopforientiert. Arbeitet hier nur mit dem Verstand, nur mit der Logik. Ja, hat so eine Tabelle, schreibt Pro und Contra. Drunter kommt dann ein Strich. Und je nachdem, wie die Bilanz ausfällt, wird dann gehandelt, ohne Gefühle mit einzubeziehen. Auch keine Gefühle hier. Ja, also Gefühle werden hier überhaupt nicht betrachtet. Wie gesagt, wenn es eine berufliche Legung ist, dann ist ja klar, dass hier vom Gegenüber keine Gefühle kommen müssen. Aber du müsstest ja trotzdem, auch wenn es hier ums berufliche, finanzielle geht, gefühlsmäßig auch irgendwo einen Bezug dazu haben. Etwas empfinden, etwas wahrnehmen. Ja, dass du dich sehr wohl fühlst oder dass dein Gefühl sagt, nee, nee, doch nicht. Ich sehe hier sehr starke Schwankungen bei dir. Ja, und weil du so schwankst, wirst du hier, denke ich mal, beim Alten bleiben. Du wirst dich nicht auf das Neue einlassen. Ja, hier haben wir 10 Nimmunst umgekehrt, 5 Nimmunst umgekehrt. Hier beim Gegenüber, das ist dieser Teufelskreis, den du nicht haben möchtest. Ja, vielleicht, wenn es hier ums berufliche geht. Ich muss hier leider ausschweifen, weil es sind zu viele Möglichkeiten hier. Wenn es hier ums berufliche geht, ja, ist dir hier das Finanzielle sehr wichtig. Wenn hier ein neues berufliches Angebot kommt, ist es nicht das Geld, was du bekommen möchtest. Ja, dein Gegenüber will das hier verheimlichen und will dir auch nicht das zahlen, was du willst. Und deswegen wirst du dich darauf nicht einlassen. Wenn es hier um die Liebe geht, ja, die Königin der Schwerter spielt Schach, genauso wie der König der Schwerter, 10 Nimmunzen umgekehrt. Das ist ja das, was du hier auch wahrnimmst. Ja, hier ist eigentlich diese schöne familiäre Situation. Ja, wir haben uns alle lieb. Wir kuscheln uns aneinander. Hier ist der Hund, der wird gestriegelt. Ja, hier das Kind, was hier spielt. Das sichere Zuhause im Hintergrund. Ja, der schöne Garten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Mensch kann das anbieten, möchte das auch haben. Nein, aber der Kopf dieses Menschen sagt Nein. Ja, und schon wieder fünfter Münzen. Mangel, 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 Mangel. Hier könnte auch sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung stattfinden, ja, dass jemand sich das so lange einredet, bis es tatsächlich dann passiert, bis dieser Mensch tatsächlich verlassen wird, von dir im Stich gelassen wird, dass du dann auch sagst, okay, ich gehe, ciao, bye, bye. Und dann kommt hier mit dem Narren möglicherweise ein Umdenken. Ja, dass dieser Mensch dann plötzlich irgendwas Unerwartetes tut, womit du nicht rechnest, ja, weil der Druck hier einfach zu groß wird. Weil dieser Mensch merkt, okay, die Fische, die schneiden jetzt hier das Seil durch, die Fische lassen sich nicht drauf ein. Muss ich jetzt hier mit dem Narren irgendwas starten, um hier ganz neu anzufangen. Also hier müsste man auch komplett neu anfangen, habe ich den Eindruck. Ja, ich glaube, hier ist so viel möglich, der schöpferische Funke. Also wenn es ums Private geht, ja, sehe ich hier schon sehr viel möglich. Aber irgendwo hakt es. Schau mal hier unterm Deck, schon wieder die Sternkarte, ja, die hatten wir auch hier. In einem anderen Deck hatten wir auch die Sternkarte. Wunscherfüllung, Hoffnung, Befreiung. Achte Stäbe ist ein Fortschritt, ja, hier Transparenz, klare Kommunikation. Und Achte Stäbe ist einfach das Feuer, was dann entfacht. Wo ist denn auch hier das Feuer? Hier fehlt auch das Feuer, die Leidenschaft fehlt hier auch. Hier sagt jemand, ich war leidenschaftlich. Irgendwann mal, ja, vor Jahren war ich mal leidenschaftlich. Und dann habe ich mir hier nur Kopfschmerzen geholt. Ich wurde bekämpft. Und hier auch, ja. Ich kann meine Leidenschaft, meine Energie nicht zu dir rüberfließen lassen. Und hier ist dieser Funke. I don't know. Also Leute, ist echt eine schwierige Phase momentan. Ja. Nicht so einfach, ja. Da ist so die Zeit, auch gerade wegen der Skorpionenergie im November, wo unglaublich viel hochkommt. Todeskarte bei dir, Todeskarte bei deinem Gegenüber. Ihr seid beide hier in einer Transformation. In einem Geburtsprozess. Und Münzen, das dauert hier lange bei dir. Ja, spricht für eine lange Zeit. Ja, meine Lieben. Ich hoffe, ihr konntet hier was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen November. Und vielleicht bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.